Ach du! Hey! Du musst mich diese Baubilder posten lassen, Mann. Der Meister selbst könnte sie sehen, weißt du? Aber folgendes. Wir wollen keine Witwenmacher hier. Nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit, der ganzen Power klarzukommen. Das ist Phase 2, okay? Hier, unser Nakai-san. Er war ein Street-Racer, wie wir alle. Und jetzt? Reist er um die Welt, baut Wagen für reiche Kunden. Es stimmt. Ich bin ein Wahnsinnstyp. Hör lieber weiter deine Regenwald-Sounds, Menuh. Ich hab gerade ein Bild gepostet. Hier, guck mal. Spitze. Ja. Puh. Wirklich spitze. Jetzt bleibt sie wieder die ganze Nacht auf, bis der Meister es liked. Ja. Was dagegen, Mem? Hey, du verbringst schon so zu viel Zeit unter der Haube. Du musst wieder zurück auf die Straße. Fahren. Klar. Wir sehen uns dann, okay? Peace. Ja. Ja. Ja.